Ah, schade, leider war das Autobahnschild zu hoch. Naaah, ich hab's ja! Nein. Ich kann da eigentlich nicht. Reigen wir. Wenn ich will. Ah, mit veränderter Stimme, okay. Zu Risiken, warte. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie den Arzt oder Apotheker? Haha, ich kann's nicht. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie den Arzt oder Apotheker? Oh! Ich wollte gerade sagen, das passt ja! Warum liest du deine Bühne nicht runter? Ja, war ich gerade aufs Zimmer! Alter! Voll hängen geblieben! Das war gut! Das war doch echt gut, oder? War zu kurz. Total, ja.